Hi und herzlich willkommen zur Folge 9 unseres Werbeaufszenarios mit dem lieben Florian. Die letzte Folge war ja wirklich sehr spannend. Also ich habe gerade eben nochmal eure Kommentare gelesen und ich finde das so cool, wie ihr mitfiebert, wie ihr miträtselt und alle auch verschiedene Theorien haben. Das freut mich natürlich mega. Das heißt, dass es nicht ganz so offensichtlich ist, was hier gerade passiert und das ist gut, denn es sind noch ein paar Geheimnisse nicht gelüftet und die werden sich in den nächsten Parts lüften. Wir haben im letzten Part Bethany vielleicht gesehen. Wir gehen zumindest davon aus, dass sie es gewesen ist, denn sie hat auf den Ruf von ihrem Namen, beziehungsweise auch darauf, dass wir gesagt haben, dass wir sie zurückholen können, merkwürdig reagiert und ist auch wieder weitergerannt. Und für alle, die die Folge nicht gesehen haben, schaut sie euch unbedingt an. Aber hier nochmal die kleine Zusammenfassung. Florian war total neugierig und hat rausgefunden, dass auf dem Friedhof ein Mann vergraben ist mit dem Namen Gustav. Er hat sich daraufhin auf die Lauer gelegt, es kam aber niemand und er hat den Friedhofsgärtner gefragt, ob er weiß, wer dieses Grab pflegt. Der Friedhofsgärtner war eine Vertretung für seinen Kollegen, der krank war und er war ein bisschen plauderfreudig und hat Florian erzählt, dass sich eine ältere Frau um dieses Grab kümmert. Und Florian hat rausgefunden, wo diese Frau wohnt und hat sie, ja, ich sag mal, ein bisschen gestalkt. Er wurde natürlich direkt erwischt und die Frau hatte auch einen Hund. Und bei der Unterhaltung mit der Frau hat sich rausgestellt, dass sie auf jeden Fall wirklich bei dem Grab von Gustav war. Wir wissen nicht genau, in welchem Beziehungsverhältnis sie zu Gustav steht, zumindest wissen wir das noch nicht. Das könnte die Schwester, die Ehefrau, die Cousine sein oder auch einfach nur eine gute Freundin von Gustav, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, warum Gustav da im Grab liegt und zwar ist er ein Werwolf, genau wie Florian auch und er hat wohl gegen Vampire gekämpft und diesen Kampf verloren. Seitdem gibt es so eine Art Waffenstillstand und Waffenruhe zwischen den Vampiren und den Werwölfen und es ist nur so eine ganz seidene, also eine gefährliche Geschichte, dass diese Waffenruhe bricht. Deswegen soll Florian auch nicht so viel rumschnüffeln. Zudem hat er rausgefunden, dass jemand diese Frau besucht hat, also Kara, so heißt die Frau, die wurde besucht von einem jungen Mädchen. Zumindest glaubt er, dass es ein Mädchen war und er geht stark davon aus, dass er Bethany da gesehen hat. Er hat versucht, sie aufzuhalten. Bethany ist weggerannt, die vermeintliche Bethany und sie hat dabei Unterlagen fallen lassen, die sie von Kara vorher an der Haustür bekommen hat. Und diese Unterlagen hat Florian mit nach Hause genommen. Die waren patschnass, weil sie im Schnee gelandet sind und er konnte kaum etwas entziffern. Er wird sich in diesem Beziehungsweise im nächsten Part diese Dokumente genauer anschauen. Doch jetzt erstmal muss er sich darum kümmern, dass die trocknen und er hat heute einiges vor, denn er möchte mit Rory sprechen. Und auch da wird heute sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr passieren, als nur ein kleines Gespräch, aber dazu gleich mehr. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß in dieser Folge und let's go! So, es ist 7 Uhr morgens. Florian ist hier draußen gerade. Der ist auch ausgeschlafen, hat noch einen Fähigkeitspunkt über. Ich gucke jetzt mal. Tunnelgräber. Bewege dich schnell fort. Ich glaube, das gebe ich ihm jetzt mal. Ich lese nochmal vor. Tunnelgräber. Bewege dich schnell in der Welt fort, indem du Tunnel gräbst. Spore dich durch die Erde und grabe einen praktischen Tunnel. Perfekt für alle, die einen großartigen Auftritt hinlegen oder schnell verschwinden möchten. Florian wird das mühelos hinbekommen. Ja, mega cool. Testen wir doch direkt mal. Komm mal hier hin. Muss ich das jetzt irgendwie wählen oder kann ich einfach sagen, hier hingehen? Er läuft. Na gut. Okay, hat super geklappt. Wir haben auch Winter. Rory ist gerade nicht zu sehen. Dann geh doch mal ein bisschen trainieren. Denn ich möchte in dieser Folge auch so ein bisschen daran arbeiten, dass wir, wie sagt man, zum Alpha-Wolf aufsteigen. Wo ist denn dieses Wolfsthema nochmal? Genau hier. Wir sind jetzt gerade Delta und Rory ist ja die Rudelführerin. Wir gehen jetzt mal zu ihr. Beziehungsweise, was macht sie denn? Geht sie rein? Sie geht rein, okay. Dann gehen wir einfach mal ein bisschen trainieren. Hey, Rory, hi. Oh, äh, hi. Was geht? Ähm, ich wollte fragen, ob du mir ein paar Tipps geben kannst. Tipps bei was? Naja, beim Trainieren vielleicht. Ach, du bist so ein Schwächling, Florian. Du musst erst mal ein bisschen an deinem Bizeps arbeiten und so. Ja, das mache ich doch. Ja, ein bisschen mehr. Das ist, guck mal, deine, deine Ärmchen sind ganz schmächtig. Findest du? Ein bisschen. Aber es wird ja schon besser. Ich sehe schon, dass du da ein bisschen, äh, Muskeln aufgebaut hast. Das sieht gut aus. Ja? Ah, ja. Also, nicht so wie du jetzt denkst. Das ist halt nicht schlecht. Also, findest du mich heiß? Ich weiß. Florian, nein, natürlich nicht. Du bist okay. Also, ich meine, dein Bizeps und so kann schon noch ein bisschen ausgebaut werden. Aber es ist jetzt nicht wirklich schlecht oder so. Lass mich mal. Äh, ich würde eine Runde jagen gehen. Brauchst du irgendwas? Nein. Alles gut. Aber, ähm, ich wollte dich noch fragen. Äh, ich bin umgezogen. Und, ähm, ob du mir beim Umzug helfen kannst. Weil es ist voller Stress. Ich bin, ach, total geschwitzt immer. Und es sind super schwere Möbel. Und zu zweit geht's viel schneller. Beim Umzug helfen? Ja, bitte. Ja? Klar, warum nicht? Ich hatte zwar eigentlich was anderes zu tun. Aber, ja, ich kann dir beim Umzug helfen. Ist okay. Ah, super, gut. Dann, ähm, geh schnell jagen. Und danach erzähle ich dir, wo, wo ich jetzt wohne. Ja, klar, cool. Leute, wir helfen beim Umzug. Getränk einschenken? Nee. Oh, wir hätten sogar noch ein Fleisch. Nee, ist verdorben. Okay. So, dann isst mal was. So, dann kann er vielleicht noch mal ein bisschen was beitragen. Kalkstein. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen Fleisch. Geht's jetzt hoch hier unten, oder was? Das Rudel hat bemerkt, dass Erik den Wert erweitern und erkunden nicht ausreichend erfüllt hat. Oha. Der kann, äh, rausgeschmissen werden. Interesting. So, meine Lieben, ich hab ja grad gesagt, Rory zieht um. Wir spielen jetzt mal kurz Rory, ähm, um sie umziehen zu lassen. Spiele diesen Haushalt? Ja. Und dann schauen wir mal, wo sie hinzieht, die Maus. Weil ich glaub, sie wohnt aktuell nirgends. Und wir müssen das natürlich ändern. Sie braucht ja ein Zuhause. Rory, ist das... Oh mein Gott, das ist ihr Zuhause? Wieso hatten sie kein Dach? Das sieht aber komisch. Ah. Oh, Leute, sie lebt so schön. Wow. Ich wusste nicht, dass sie in Moonwood lebt, äh, in Hanford lebt. Oh, das ist ja richtig schön. Aber hier ist sie natürlich nie Wolf. Hier ist sie immer Rory, ne? Und kein Wolf. Oh mein Gott, wie crazy. Oh, sie hat was mit einem verheirateten Mann. Oh, mit Tatsuya, Mia. Oha, der ist verheiratet. Das kann sie doch nicht machen. Ach, du grüne Neune. Also wirklich, er ist verheiratet. Cool. Wir rufen ihn mal herbei und dann spielen wir ihn. Wow, Rory, hier wohnst du? Wieso hast du nicht gesagt, dass du nicht in Moonwood wohnst? Wieso sollte ich? Naja, weil ich auch in Moonwood wohne. Ich dachte die ganze Zeit, du wohnst da. Du bist immer in Moonwood. Ja, pff. Ich bin halt nicht so oft hier. Und hast du vorher hier auch schon gewohnt? Ja, zwei Häuser weiter. Was? Ja. Und wieso bist du umgezogen? Naja, ich wurde rausgeworfen und jetzt ist hier dieses Haus frei und ich dachte mir, hey, eigentlich ist es ganz schnucklig. Und naja, ich habe auch schon ein paar Möbel reingebracht, aber es sieht so unschön aus irgendwie. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen beim Möbelschleppen. Ja, klar, kann ich dir helfen, Rory. Kein Problem. Ähm, aber wieso wohnst du hier? Wieso denn nicht? Naja, du bist ein Wolf, Rory. Okay, das weiß ich, Florian. Es ist schwer zu vergessen. Hier weiß es keiner. Und ich lebe hier sehr auswärts vom Dorf. Und selbst wenn ich mich verwandle, es kriegt kaum jemand mit. Ha, okay. Ja. Hey, da ist eine Schlittschuhbahn. Komm, wir gehen Schlittschuh laufen. Nein, Florian, wir müssen meinen Umzug vorbereiten. Jetzt, helf mir. Ach, komm. Ich gebe einen aus. Nein, Florian, wir müssen uns... Rory, jetzt sei doch nicht so. Oh, Mann, Florian, ich bin dein Alpha. Das weiß ich, aber wir können doch ein bisschen Spaß haben. Spaß haben. Ja, jetzt komm, Rory, sei nicht so. Come on. Oh, Florian, ey, wenn ich wegen dir auf die Nase falle... Ach, Quatsch, komm jetzt. Mom ist nicht hier, Leute. Und Mom bringt auch nicht den Müll raus. Mom existiert hier gerade nicht in Dings. Komm, Rory, aufs Eis mit dir. Oh, Florian, ich fall bestimmt gleich hin. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Ich hab dich. Oh, danke fürs Auffangen, aber ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Ja, natürlich schaffst du das. Okay, jetzt weiter. Oh, das hat wehgetan. Das hat wehgetan, ja. Wir machen mal Musik jetzt an, Romantik. Zufällig ist die jetzt angegangen. Beleuchtung, Partylichter und Effekte, Sterne. Das ist voll schön, oder? Ja, es ist ganz nett, aber... Oh, 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 jetzt bin ich schon wieder. Oh, Mann, Florian. Ich fang nicht auf beim nächsten Mal, versprochen. Entschuldigung, wie süß, dass sie hier zusammen Schlittschuh laufen. Ich muss dir später übrigens noch was erzählen. Was denn? Ich hab Sachen rausgefunden und irgendwie hab ich das Gefühl, ich kann niemandem vertrauen. Ach, und mir schon, oder was? Du kannst mir auch nicht vertrauen. Wieso nicht? Naja, keine Ahnung. Vielleicht bin ich nicht die, die ich vorgebe zu sein. Glaube ich nicht. Oh. Ja, erzähl's mir dann halt. Ja, okay. Wir können auch noch in die Bar gehen, wenn du willst. Was trinken? Ich bin jetzt komplett durchgefroren. Ja, es ist auch kalt heute. Voll. Ja, okay, dann lass uns doch in die Bar gehen. Wo ist die? Die ist gleich hier vorne. Es ist ja ein Café, Leute. Ich will in eine Bar gehen. Es ist so ein kleines Café, aber die bieten auch Alkohol an. Ein Bier oder so. Ja, okay, dann lass uns da hingehen. Wir gehen jetzt ein Bier trinken oder so. So, okay, jetzt. Wir gehen rein. Komm jetzt. Ja, klar. Wo müssen wir hin? Hier ist die Bar, also die Theke. Aber wir können mal gucken, ob sie auch was haben mit Alkohol. Irgendwie ein, ja, keine Ahnung, zum Schussgetränk halt. Mit irgendwie Alkohol. Oh mein Gott, sie haben nichts. Oh, sie haben nur Kaffee. Ich war hier noch nicht. Ist doch in Ordnung. Dann lass uns doch einen Kaffee trinken. Oh, ich weiß nicht. Ach komm, Rory. Lass uns reingehen. Na gut. Dann setzen wir uns zusammen mit ihr hin. Oh, meine Mom ruft schon wieder an. Die ruft ständig an. Ja, geh ruhig ran. Ich hol mir auch einen Kaffee. Nein, alles gut. Ich bin ja jetzt mit dir hier. Ähm, Florian, das ist aber kein Date oder sowas. Hä? Was? Ein Date? Nein, natürlich nicht. Was denkst du denn? Ich bin nur hier, um, naja, mit dir was zu trinken. Wir waren Schlittschuhlaufen. Florian, wenn du dich an mich ran machst. Rory, wir sind cool miteinander. Ich bin dein Werwolf-Kumpane. Sag das doch noch lauter. Ach, was wissen die schon? Nein, alles gut, Rory. Ich meine, keine Ahnung. Ich finde dich witzig. Aha. Ja, und du bist hübsch? Florian, das geht in eine ganz komische Richtung. Ich will das nicht. Ach, Rory, du weißt doch, wie ich das meine. Nein, wie meinst du das? Naja, du, äh, keine Ahnung. Ich mag deinen Look total. Das ist das Einzige, was ich sagen will. Ich finde halt deinen Stil total cool und passt voll gut zu meinem Stil. Und wir passen nicht zusammen, Florian. Nein, natürlich nicht. Nein, wir passen nicht zusammen. Ähm, Entschuldigung, so meinte ich das auch gar nicht. Du hast das völlig falsch verstanden. Ich wollte damit nur sagen, dass, naja, ähm, äh, es ist ja nur so, dass du und ich, äh, wir sind ja voll die coolen Rudelleute. Ja, das mag sein. Eben, deswegen. Also, ich mein... Flirtet sie? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Er hat sie geflirtet! Ich mein, keine Ahnung, du bist ja auch nicht schlecht so. Was soll ich sagen? Also, du bist jetzt nicht mein Typ oder so. Das brauchst du überhaupt nicht denken. Was? Ich bin jedermanns Typ. Bist du nicht, Florian? Und dieser Sim ist einfach total... Oh mein Gott, Florian ist verknallt in Rory. Okay, Leute, er hat sich verliebt gerade. Ich mein, sieh mich an, ich bin schon ein geiler Typ, so. Man muss mich eigentlich mögen. Oh, du bist so eklig selbstgefällig. Das ist echt unangenehm. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß, dass nach wie vor immer noch welche von euch, äh, Maggie schippen, aber... Ja, also, ich wollte dir ja noch was erzählen. Doch nicht hier! Wir gehen zu mir. Du lässt mich in deine Wohnung? Ja, Florian, weil wir zusammen... Du hilfst mir mit meinem Umzug. Ach so, ich dachte, ich krieg ne Tasse Kaffee. Oh, du bist so unmöglich, Florian. Nein, wieso? Ich würde gern auf ne Tasse Kaffee vorbeikommen. Oh, komm jetzt. Wir haben es eilig. Wieso haben wir es eilig? Naja, weil ich... Naja, nicht ewig da jetzt rummachen will. Das ist doch ihr Haus, ne? Ja. Was? Nein, nicht einziehen. Nein! Besuchen. Einbrechend. Nein. Ja, dann komm rein. Und dann kannst du mir alles erzählen, okay? Ja, super Sache. Cool. Okay, komm. Mann, dein Haus ist echt voll schön. Das ist richtig gemütlich hier. Ja, es ist klein, aber fein. Ich meine, ich bin echt happy, es zu haben, weil, weißt du, in Moonwood wollte ich nicht leben. Da ist immer so dunkel und ich mag das nicht so gern. Ja, aber in Moonwood... Naja, dann wären wir näher beieinander. Willst du mir vielleicht deine Haustelefonnummer geben? Hat Florian sein Schicksal... Hat Florian sein schicksalhaft verbundenes Wolfsgegenstück gefunden? Der Mond bestimmt für jeden Werwolf eine wahre Liebe. Ja, ich glaube, das ist passiert. Oh mein Gott, Leute. Das ist nicht zum ersten Mal. Ist es jetzt so? Schicksal... Schicksalhaft verbunden! Oh mein Gott, diese Werwölfe sind durch das Schicksal... Tschüss, Maggie. Das war's mit dir. Leute, sie sind sch... Ich bin ein bisschen aufgeregt. Diese Werwölfe sind durch das Schicksal lebenslang aneinander gebunden. Ja, aber ist sie jetzt auch an uns gebunden? Ist die Frage, ne? Oh komm, wir schauen nochmal. Weil das wäre ja kacke, wenn wir jetzt an sie gebunden wären, aber sie nicht an uns. Aber die beiden passen schon gut zusammen, muss ich auch ganz ehrlich mal sagen, ne? Ich mag Rory total gerne mittlerweile, weil sie so eine ganz spezielle Art und Weise hat. Sie ist halt... Florian ist ja sehr selbstsicher. Ich glaube, das möchte ich ihm jetzt auch demnächst mal... Also, er kann immer noch sehr selbstsicher sein, aber nicht mehr so uner... Oh mein Gott, sie sind wirklich schicksalhaft verbunden. Das ist ja verrückt. Irgendwie hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Vielleicht wusste ich das, aber vielleicht habe ich es einfach vergessen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Naja, auf jeden Fall... Ja, erzähl jetzt. Ja, okay. Also, es ist so, dass... Oh, Drip, das Geld! Jetzt erzählt er ihr die gesamte Geschichte, wo er angefangen hat rauszufinden, wo Gustav ist und so und so weiter und so weiter und so weiter. Er erzählt ihr praktisch einmal alles. Okay, das ist schon ziemlich crazy. Und was hat Maggie damit zu tun? Wieso hast du sie eingeweiht? Naja, ich dachte, es wäre nicht schlecht, jemanden zu haben, der mir hilft halt. Und ich hatte den Eindruck, dass Maggie sie auch finden will. Ich glaube, alle wollen sie finden, oder? Ja, aber den Eindruck habe ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass Maggie... Die spielt irgendein falsches Spiel. Was meinst du denn? Erzähl! Naja, ich habe dir doch gesagt, dass sie... Ähm, irgendwie das Gefühl... Ich habe das Gefühl, sie sabotiert mich die ganze Zeit. Was? Findest du wirklich? Das bildest du dir doch ein. Nein, wirklich! Und ich glaube, sie weiß was, aber sie will es mir nicht sagen. Hm. Ja, keine Ahnung, was das sein könnte. Was weiß denn ich? Oh Mann, ich hätte mich von Anfang an dir anvertrauen sollen. Wieso mir? Naja, dir vertraue ich. Wieso vertraust du mir, Florian? Du kennst mich doch überhaupt nicht. Ja, keine Ahnung. Ich vertraue dir mehr als irgendjemand anderen. Du hör auf, mir einfach zu vertrauen. Du weißt doch gar nicht, wer ich bin. Jetzt hast du dich wieder abgelehnt. Hör auf, sowas zu sagen. Ich bin... Du, du... Ich bin gefährlich. Du solltest mir nicht vertrauen. Ja, und? Ich tue es aber trotzdem. Und jetzt? Was willst du dagegen tun? Wie? Was will ich dagegen tun? Hör auf damit. Mit was? Mir zu vertrauen. Ich bin niemand. Du... Du... Ich bin... Außerdem bin ich ein Rudelführer. Ich bin dein Boss, sozusagen. Ach, Herr? Ja, ich bin dein Boss. Also hör auf, diese Sachen zu sagen. Welche Sachen? Naja, diese, die du vorhin im Café gesagt hast. Dass ich dich hübsch finde. Zum Beispiel, das... Hör auf, das zu sagen. Naja, wieso denn? Das ist doch die Wahrheit. Du hast mich nicht hübsch zu finden. Ich bin deine Vorgesetzte. Und außerdem geht das nicht. Also hör auf damit. Ja, aber es ist doch wahr. Ich... Ich finde dich schon echt lange sehr hübsch. Warum? Wie, warum? Warum sagst du mir das? Naja, ich meine... Ich habe dir eben gesagt, dass ich dir echt vertraue. Und... Das geht so weit? Ich vertraue wenig Menschen. Und dieses ganze Haus, in dem ich... Oh, jetzt ruft mein Bruder an. Ein ungünstiges Timing. Naja, auf jeden Fall dieses Haus, in dem ich gerade wohne. Die sind alle verrückt. Ich verstehe gar nicht, was sie wollen. Und... Naja, keine Ahnung. Können wir in eine Techtel-Wächtel-Beziehung eingehen? Ich traue mich nicht. Ich habe Angst, dass Rory uns verprügelt. Mh... Versuch's nochmal. Oh, jetzt hat sie's angenommen. Ich meine, ja, du bist ja... Ich will nicht mit dir flirten, Florian. Warum nicht? Weil wir das nicht dürfen. Ich bin deine Rudelführerin. Und wie würde das rüberkommen, wenn wir, naja, keine Ahnung, Dinge tun würden? Welche Dinge meinst du? Du weißt genau, was ich meine. So? Also, ich kann schweigen wie ein Grab. Oh mein Gott, jetzt haben sie eine Leiste. Oh, wie aufregend. Wie meinst du das? Naja, ich... Muss doch niemand wissen. Was muss niemand wissen? Naja, wenn wir beide... Keine Ahnung. Irgendwas machen halt. Florian? Du bist viel jünger als ich. Ach, diese zwei Jahre. Du bist zwei Jahre älter, Rory. Das sind fünf. Fünf Jahre, Florian. Und? Ich bin 18. Ja, und? Ich bin fünf Jahre älter. Du bist ein Kind. Was? Ich bin doch kein Kind. Sieh mich an. Ich kann dir zeigen, dass ich ein Mann bin. Wow. Florian, das geht mir jetzt echt ein bisschen zu weit. Nein, das ist wirklich wahr. Ich bin doch kein Kind mehr. Ich bin... Ich hab noch eine Prüfung und dann bin ich mit der Schule fertig. Es sind doch Ferien. Du musst doch ein ganzes Jahr hin. Nein, ich mach meinen Abschluss früher. Und... Naja, keine Ahnung. Ich... Kann mir mit dir echt mehr vorstellen, als nur, dass du meine Rudelführerin bist. Ich will dich näher kennenlernen. Wie nah? Naja, sehr nah halt. Zeig mal. Florian, das können wir nicht machen. Das wird nicht funktionieren. Das wird funktionieren. Ich verspreche es dir. Wieso ist hier ein Fuchs? Anastasia, der Senior-Fuchs. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Komm schon, Rory. Nein, Florian. Und, ähm, naja. Sie sagt, hast du... Naja, hast du überhaupt Kondome dabei? Kondome? Äh, nein. Guck mal, Florian, du bist noch nicht mal vorbereitet. Du bist zu jung für mich. Eindeutig. Nein, ich war nur nicht... Ich hab nur nicht gedacht, dass... Ich hol welche. Als ob du jetzt so schnell welche findest. Ich hab da eine Apotheke gesehen unten im Dorf. Ah, Florian. Ich glaub, das ist nicht gut. Ich fang gleich wieder zurück. Nein, ich... Ah. Okay, Florian mag Witze. Oh, Mann. Ich glaub, das ist wirklich keine gute Idee. Ich sollte ihm... Ich sag ihm, wenn er wiederkommt, dass wir das nicht machen. Nein, das will ich nicht. Das ist nicht gut. Ich bin sein Boss. Nein, ich bin sein Boss. Wir werden nicht miteinander schlafen. Auf gar keinen Fall werde ich mit ihm schlafen. Auf gar keinen Fall. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich brauch mir den Kondome so schnell es geht, so schnell es geht. Rory ist so heiß. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie will mit mir schlafen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mein erstes Mal, mein erstes Mal. Das darf sie nicht merken. Ich muss so tun, als wär's nicht so. Es ist nicht so, es ist nicht so. Ich hab Übungen. Ich weiß genau, wie das funktioniert. Ich mein, ich hab genug gesehen. Ich weiß schon, wie das geht. Jetzt muss ich auf jeden Fall ganz schnell die Kondome kaufen. Wehe, die haben schon den Laden zu. Mann, wie lange braucht der denn noch? Aber ich werd ihm nein sagen. Ich werd sagen, das machen wir nicht. Nein, nein. Ich werd ihm sagen, das machen wir nicht. Denn wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Ah, 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 ah. Wir machen das auf gar keinen Fall. Rory, hi. Ich bin wieder da. Du, wir können das nicht tun, weil das geht nicht, Florian. Wir müssen aufhören damit. Es ist nicht das Richtige. Und außerdem, ähm, um... Und jetzt küsst er sie einfach und sie denkt sich so, oh, ähm, Florian, was soll das? Du sollst es nicht tun. Ich hab dir gerade erklärt, dass das nicht geht. Du, ähm, hör auf damit. Ich mein, wir behalten es für uns. Es wird keiner erfahren. Nein, das ist keine gute Idee. Ich denke, wir sollten, du solltest jetzt wirklich gehen. Sicher? Äh, ja. Doch, doch, du solltest wirklich gehen. Ich mein, ich kann auch bleiben. Wuhu ohne Schutz. Nein, nein, du benutzt den Schutz, bitte. Muss ich das noch aktivieren, Leute? Wuhu leben. Stile und Vorlieben. Nein, das passt schon. Ähm, ich hab das noch nie benutzt über diese Mod. Gesundheit. Er hat Schutzartikel gekauft. Naja, eigentlich geh ich jetzt mal davon aus, dass er das jetzt automatisch benutzt. Ich geh jetzt mal davon aus, dass er die Kondome benutzt, Leute. Ich geh jetzt einfach mal davon aus. Mh, okay. Vielleicht will sie auch gar nicht. Vielleicht lehnt sie doch ab. Sie lehnt nicht ab. Sie tun es. Sie tun es. Sie tun es. Sie tun es. Oh mein Gott. Sie tun es. Nicht? Doch. Bitte benutzen Kondom. Bitte, 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 bitte. Oh Gott sei Dank. Sie haben eins benutzt. Das, Florian. Wow. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ja. Puh. Ähm, das war gut. Also, ähm, du gehst jetzt? Du musst jetzt gehen. Was? Wieso? Florian, geh jetzt. Das geht nicht. Du kannst nicht hierbleiben. Wieso denn nicht? Florian, ich... Das ist zu viel. Wir sind... Das war ein Fehler. Was? Wieso? Das war doch kein Fehler. Doch, das war ein Fehler. Wir hätten nicht. Wir hätten nicht miteinander schlafen dürfen. Doch, klar. Es war... Es hat sich wunderbar angefühlt. Es hat sich genau richtig angefühlt. Rory. Nein, das war nicht gut. Geh bitte jetzt. Ich will dich nicht sehen. Ich will, dass du gehst und... Hey, bitte, lass mich... Nein, das war doch für uns beide. Ich brauche jetzt Freiraum. Ähm, geh bitte. Und wir reden. Wann anders. Was? Rory, bitte, schmeiß mich jetzt nicht raus. Doch, geh jetzt, Florian. Ähm, mir ging das zu schnell. Das geht zu weit. Wir können das nicht lassen und... Das war ein großer, großer Fehler. Geh jetzt. Sofort nach Hause. Geh weg. Rory, bitte. Nein, geh. Äh, sehen wir uns morgen? Nein, ich denke nicht. Tschüss. Und er geht und denkt sich jetzt so, was ist denn los mit ihr? Das war doch einfach nur der Hammer. Es war so gut. Ich verstehe das gar nicht. Und ich glaube, das ist jetzt der Moment, meine Lieben, wo ich seine Selbstsicherheit rausnehme. Wir haben ja schon vor ein paar Parts darüber gesprochen, dass ich glaube, dass ich die Selbstsicherheit irgendwann rausnehmen möchte. Und ich denke, das ist der richtige Moment, jetzt das zu deaktivieren. Dass er nicht mehr so selbstsicher ist. So, genau. Er hat das Selbstgefällig drin. Vielleicht nehme ich jetzt das mal raus. Dann ist so die Frage, was passt jetzt zu ihm? Vielleicht machen wir jetzt Liebesscheu. Das hat jetzt gar nichts mit seinem Werwolf-Dasein zu tun, aber ich meine, er ist total verliebt in Rory scheinbar. Und sie hat ihm gerade das Herz gebrochen, nachdem sie miteinander geschlafen haben. Und ich gehe davon aus, dass ihm klar ist, dass das nicht so eine easy number war, dass sie da auch mit ihm drüber redet. Aber ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass sie ihn direkt danach rauswirft und sagt, dass das ein Fehler war. Ich glaube, das hat ihm sehr wehgetan. Für ihn war es nämlich wunderbar und für ihn war es kein Fehler. Und hier steht, diese Seminären sich der Liebe oft vorsichtig, lassen es lieber langsam angehen und wollen stabile emotionale Bindungen aufbauen, bevor sie sich in eine Romanze stürzen. Vielleicht das. Ihr dürft aber auch super gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein Merkmal habt, wo ihr denkt, das passt viel besser. Dann können wir das auch gerne nehmen. So, dann gehen wir nach Hause, Florian. Das ist der richtige Weg. Oh, der hat jetzt voll Herzschmerz bestimmt, der Schatz. Er geht jetzt nochmal jagen, weil er kann jetzt auch überhaupt nicht schlafen. Er verwandelt sich jetzt am besten und versucht, seinen Instinkten da irgendwie freien Lauf zu lassen. Ja, das ist, guck mal, er ist sehr kokett einfach. Oh, Wildfangbenachrichtigung für Erik. Was machen wir denn jetzt mit ihm? Oh mein Gott, der ist wieder rausgeworfen worden. Jetzt sind wir alleine in dem Rudel. Wir sind nur ein Zweierrudel mit Rory. Will man machen, ne? Oh, als Puller da einfach dahin. Och man, Florian. Ah, ich bin gespannt, was ihr jetzt zu der Beziehungsdynamik sagt und wie euch das gefällt. Ah, ich hoffe, es gefällt euch. Und ich hoffe, ihr seid auch happy, wie das jetzt gerade läuft. Und, ähm, könnt mir vielleicht auch einen Vorschlag machen, wie wir jetzt weiter vorgehen mit der Geschichte mit Rory. Wie das weitergehen soll zwischen den beiden. Okay, er hat nochmal was gefunden. Ich glaube, du hast noch Fleisch, das du essen kannst. Voll blöd, da seid ihr da aus dem, dass der, der, das Max aus dem, Erik aus dem. Oh Mann, Sandra! Das Erik, oh. Das Erik, oh, ich kann nicht mehr reden. Es ist ja aber auch irgendwie interesting. Ne, schade wollte ich... Oh Gott. Es ist ja irgendwie auch schade, dass Erik jetzt nicht mehr beim Wolfsrudel dabei ist. Das war irgendwie nicht mein Plan. So, schnüffel noch ein bisschen. Vielleicht findest du noch irgendwas Cooles. Nochmal im Boden wühlen. Maggie ist jetzt in der Stunde bei der Arbeit. Wenn Maggie auf der Arbeit ist, gehen wir nach Hause, würde ich sagen. Der will ihr nicht begegnen und ihr irgendwas erzählen müssen. Weil er glaubt ihr auch nicht, dass sie... Naja, da... Er glaubt ihr einfach nicht, dass sie mit ihm zusammenarbeiten will. Sondern er denkt eher, dass sie ihn verarscht. Und da hat er keinen Bock drauf. So, sie ist jetzt arbeiten, dann kann er nach Hause. Kann sich dann wieder zurück verwandeln. Ein paar coole Sachen gefunden, die können wir dann vielleicht wieder hergeben. Er hat dieses Tagebuch von Gregoros gefunden. So, dann lasse ich ihn mal hier hinsitzen. Und dann soll er auch schlafen. Oh Mann, sie hat sich gar nicht gemeldet. Was ist denn nur jetzt? Es war ein Fehler, wir hätten... Aber es war doch kein Fehler, es war doch toll und... Oh Mann, keine Ahnung, wie ich jetzt damit umgehen soll. Wie ich ihr wieder in die Augen schauen soll. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, er macht sich jetzt auf jeden Fall noch Gedanken. Und dann fällt ihm auch auf einmal ein, so... Hey, warte mal. Ich habe ja noch die Unterlagen. Sie müssten mittlerweile getrocknet sein. Und in der nächsten Folge werden wir uns diese Unterlagen genauer anschauen. Und versuchen zu entziffern, was wir da gefunden haben. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Lasst dem Part super gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, würde mich total freuen. Und abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr noch nicht folgt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bin jetzt sehr auf eure Kommentare gespannt bezüglich des Merkmals. Und zu Rory, wie ihr gerade diese Liebesgeschichte zwischen den beiden gefunden habt. Ob ihr euch das zusagt oder nicht. Aber ich finde es irgendwie so magisch, dass sie diese Verbundenheit miteinander haben. Das berührt mich einfach so anders irgendwie. Weil klar, Maggie wäre auch interessant. Sie ist auch eine Süßmaus. Aber Rory ist einfach sehr besonders. Sie ist so speziell. Und ich finde es irgendwie so toll, dass Florian einen Charakter kennengelernt hat, die ihm so ähnlich ist. Und ihm auch mal, keine Ahnung, Tacheles erzählt und so. Ich finde es irgendwie richtig schön. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Macht es gut, meine Lieben. Auf Wiedersehen und Tschüssli. Bye.